Und damit ein herzliches Moin, ihr Bagger-Looten und herzlich willkommen zurück in Jotun. So, gucken, ist alles richtig? Alles richtig, wunderschön. Äh, passen Sie mal auf. Wir haben hier ja jetzt... Erstmal noch wieder so ein bisschen Steuerung, Steuerung, Steuerung. Alles klar, weiß ich Bescheid. Weiß ich Bescheid. So. Ähm, wir haben den kapastert. Wir haben den kapastert. Ich muss nur mal gucken, wo wir jetzt genau hin sollen. Ähm, hier haben wir... Wir haben hier den Boss gemacht. Im Norden hätten wir noch. Haben wir nicht hier unten schon angefangen? Hier haben wir noch nicht mal angefangen. Äh? Okay. Okay, auf jeden Fall gibt es hier wieder Fähigkeiten, wie ich sehe. Dann hüpfen wir dann mal nach rechts. Und passt mal auf, ich möchte was erzählen. Ähm, ich werde diese Folgen hier, äh, wie gewohnt relativ kurz halten. Denn je-doch. Und jetzt hört zu. Kam eben gerade das Spiel Echo raus. Und dieses Spiel ist ein sehr gutes Spiel, glaube ich. Ich habe es mir gerade gekauft. Lade es gerade runter, während ich diese Folge hier aufnehme. Und... Heute wird noch die erste Folge rauskommen davon. Ich habe den halt voll nicht getroffen, ne? Aber warte mal, ich habe eine Idee. Pass mal auf. Was ist der? War das der? Scheiße, welcher war denn das jetzt? Ich glaube, der war das. Ah, scheiße, falsche Taste. Lol. Okay, hat aber gereicht. Ist in Ordnung für mich, kann ich mit umgehen. Wer war denn das? Erst mal gucken, die Karte. Wir sind da oben. Das bedeutet, gleich tüpfe ich vorher nochmal nach links, bevor ich mich jetzt so weit rechts halte. Ja, ach, aber weil das auch auf zwei Ebenen spielt. Alles klar. Und, ähm, das wird quasi jetzt dann auch täglich kommen. Auch natürlich mit Facecam. Dementsprechend... Oh, ich hoffe, dass das was Gutes wird. Ich denke und meine und würde behaupten, das könnte ganz witzig werden. Komme ich jetzt hier vorbei oder nicht? Dankeschön. Hallo. Hallo. Ich hatte eigentlich gar nicht geplant, dass, ähm... einzuwerfen vorher. Komme ich noch eine Etage tiefer? Das handelt auf drei Etagen hier. Was ist mit dem? Kann ich den kapiteln? Ich kann ihn wegschleudern. Das ist okay. So, von da oben kamen wir. Und da links muss ich auch noch irgendwie mal hin. Aber da muss ich noch herausfinden, wie ich da hinkomme. Alles klar. Okay. Wir wissen grob Bescheid. Also, freut euch. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich kann es eigentlich schon fast gar nicht mehr erwarten, irgendwie das gleich hier schnell alles einzustellen und zu machen und zu spielen. Und ich habe richtig Lust auf das Spiel. Ah, das ist so ein Spiel. Du läufst in so einem Palast rum und da sind Klone von dir. Und je nachdem, wie du dich verhältst, lernen die Klone dein Verhalten. Das heißt, am Anfang sind die Strunz doof. So wie die beiden Kollegen hier. Guck mal, man hätte ja auch ausweichen können in der Zeit. Scheiße, ich wollte ihn eigentlich damit... Nein! Oh, ich warte, ich warte. Oh, ha ha ha. Hallo. Und in dein fucking Fuß. Kapitier, das ist ja. So, ich bin da jetzt links. Naja. Kann ich hier denn irgendwie noch was machen? Ne. Ich glaube, wir sind hier gerade. Hier müssten wir sein. Da muss er irgendwie runterkommen. Ah, eine Treppe. Eine Treppe wurde erfunden, um Höhlen zu überbrücken. Man könnte sagen, dass eine Treppe eine Brücke ist. Eine gewisse Form einer Brücke. Hallo, Baby. Bist du denn schon wieder hier? Guck mal. Guck mal. Ich habe daneben geschlagen. Weil du eine fucking Etage über mir bist. Neu! Leu. Leu, 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 leu. Ähm. Warte mal, ich bin jetzt auf der Ebene, oder? Ne, ich bin jetzt, glaube ich, ganz unten. Ne, ich bin in der Mitte. Okay, also ich bin hier. Das bedeutet, hier muss ich irgendwo hochkommen können. Ah, wir wissen Bescheid. Ha! Eine Überbrückungstreppe. Warte mal. Ich habe das Gefühl, äh, dass ich mich getäuscht habe, was mein Gefühl betrifft. Hallo. Guck mal. Hier ist er was für ein Fuß. Au. Ich bin klug. Das macht mir richtig damage. Alter. Kein Ernst. Aber wir können uns gleich auch mal heilen. Dann vielleicht auch nochmal. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das genau heilt. Wir können noch ein bisschen warten. Oder lassen doch nochmal ein bisschen warten hier. Mach ich da hin? Ne, ne? Ne. Okay, hier sind wir. Wir dürfen halt nicht den Überblick verlieren, wo wir sind. Weil sonst verkacken wir hart. Über sieben Brücken muss... Ach komm, lassen wir das. Oh, warte mal. Oh Gott, oh Gott. Ups. Gott sei Dank hat der nicht getroffen. Eventuell. Ups. Das würde mir sehr leid tun. Ähm. Warte mal. Warte mal. Müsste eigentlich so klappen. Ich hoffe, ich bin wieder auf beiden Seiten. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Gott, oh Gott. Ist hier noch alles drin? Ja. Ist noch alles drin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Habe ich mein, 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 mein Audio-Unterface gar nicht richtig verstartet. Wo soll ich jetzt hin? Warte mal von... Hier käme ich jetzt runter. Wollen wir nochmal hier oben gucken. Hier war nix mehr, ne? Ui, 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 ui. Außer so ein Typ. Da ist so ein Typ, ey, ne? Und der wirft so mit Steine. Harry Potter und ein Stein. Ihr kennt es? Ihr kennt es bestimmt. Und wenn nicht, dann sucht man danach. Auf YouTube betrifft. Ja, genau. Natürlich, 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 natürlich. Nummero eins. Verpiese dich. Er castet erstmal seinen Stein. Der Typ jetzt auch. Und du bist jetzt, äh, futsch. Tschüss. Hallo. Wirf mal dein Steinchen. And it's gone. Äh, was macht hier solche Geräusche? Okay, wir sind jetzt ganz unten. Wir sind hier gerade. Ich muss mal gucken, ob ich da nach links jetzt schon mal kann. Nee, ich komm hier gar nicht weiter. Oh, dein... Doch, nein. Doch, vielleicht. Ja! Haha. Als ob. Als ob ihr hier mich hier kapreistern könnt. Junge. Jetzt habe ich allerdings tatsächlich so ein bisschen die Orientierung verloren. Ich weiß aber, ich muss mich links halten. Wie weit es geht. Na? Was haben wir hier? Wir haben... Au. Wir... Wir... Lappen... Uah! E-Tun verlängert dein Leben. Oh, Download abgeschlossen von Echo. Uhu. Äh, äh. Äh, Echo. Halter, Finne. Junge. Könnt ihr mal bitte nicht ganz so abdrehen? Dass sie auch immer so lange brauchen, ihren blöden Schlag da aufzuladen, weißt du? Papierse dich. Vorhin, die stehen da und glotzen die ganze Zeit. Ich hätte Bock auf so einen Glotzgott. Ein Glotzgott wäre jetzt super. Aber wir sind jetzt hier. Wieder hier zurück und dann mal nach rechts oben versuchen. Richtig, ne? Ah, ja. Genau. Ich glaube, hier oben haben wir uns langgeschlichen. Das ist auch scheiße, dass du dich da so... Dass du da echt raten musst, wo du irgendwie da lang kannst, wenn du das alles da nicht siehst. Ja, komm. Wirf dein Steinchen. Dein Kiesel. Kleiner Pebbles-Vogel-Typ. Geht's nicht weiter? Dann nicht. Dann halt eben nicht. I don't care. Und wieder dran denken. Nimm das Mikrofon nicht so nah vor den Mund. Da muss man sich echt gewöhnen, wenn man das irgendwie drei Jahre lang schon gemacht hat. Dass das Mikrofon immer wirklich so an den Lippen war. Als wäre es halt echt... Deine Freundin mit besonderen Vorzügen. Eieieiei. Wirf doch. Aber mit dem da oben hatte ich jetzt nicht gerechnet. Hallo? Ich mach jetzt einfach. Forget it. Junge, Junge, Junge. Als ob ihr hier echt mir was antun wollt. Ich verstehe gar nicht, warum. Nur weil ich dicke Beine hab, oder was? Das ist Mobbing. Ah, ah. Wir können mir was gucken. Ruhig, Schwerter. Alter, was hat hier denn mal gekämpft? Was ist hier denn los gewesen? Junge. Ach, das ist cool. Ich find sowas hier immer richtig geil, ne? Wie gesagt, auch das Ding... Also, ich hätte gedacht, ich muss das nur kaputt machen. Okay. Das geht ganz schön schnell. Kannst du mal bitte aufhören, so schnell zu sein? Hilfe! Hier ragen wir jetzt runter. Und da... Ach, guck mal. Der wurde sogar schon angezeigt. Das hier sind wir gleich. Ich will nach rechts, muss ich beachten. Hier die Ecken einmal. Dann werde ich da wohl irgendwie runterhüpfen können, schätze ich. Ich kann mir auch vorstellen, dass hier jetzt andere... Also ähnliche, aber andere Mobs kommen. Der wirft jetzt auch nochmal. Also, und tschüss. Los, weg mit dir, ey. Ja komm, dann wirf doch deinen Rotz. Tschüss. Junge, Junge, Junge. Ich will Probleme haben. Braucht man einen anständigen Therapeuten? Das ist cool. Also, wenn man immer noch bedenkt, dass der ganze Scheiß hier handdrawn ist. Also handgezeichnet, ne? Das ist schon schick. Das ist schon schick. Ah, okay. Hier links würde ich dann weiter runterkommen. Und hier hüpfe ich erst nochmal nach rechts. Und nochmal einen Schluck aus meinem kühlen Getränk nehmen. Hallo, lieber Glotzgott. 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 Yay. Im Hör. Hattig. Gesegnet. Warum habe ich dabei so einen chinesisch-japanischen Akzent wie Genji? Imira, hat dich gesagnet. I choose you, Spirit Dragon. Hallo. Falscher Kontinent. So, hier. Das heißt, erst einmal kurz den linken Rand nochmal. Hui. Nochmal absuchen. Sieht doch schon wieder so aus, als wäre hier irgendwas. Uh. Lava heiß. Dann kriegst du wieder, Kollege. Das hat geklappt. Da hat er eben nicht gerechnet. Friss Stein, Bösewicht. Oh, daneben. Nein, 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 nein. Ihr kaputt. Scheiße. Kacke Arsch. Kacke Arsch und Zwirn. Junge. Oh mein Gott. Dieses Junge. Äh. Okay, ich weiß, wo ich bin, aber ich weiß noch nicht, wie ich hier weiterkomme. Einfach übersehen? Ah. Okay, okay, okay. Hier, erstes Ding. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass ich mir damit selber irgendwie so eine Art Weg basteln kann. Könnte ich sogar tatsächlich. So, dann schieße ich den mal kurz schräg runter. Mal sehen, ob mir das irgendwie was hilft. Den jetzt einfach mal gerade runter. Mal gucken, was kommt. Toll, jetzt hätte ich hier im Weg, aber weiter käme ich auch nicht. Boah, nicht, dass ich das jetzt verkackt habe. Ah, siehste mal, siehste mal. Das war jetzt nämlich der Trick. Aber Ah, okay, okay, okay. Hallo, verschissen. Tschüss. You've been my head. Hier bin ich. Oh, jetzt glaube ich, werde ich hier das ein paar Mal machen müssen. Kann das umgehen? Ja. Hier, wirf mal da hin, bitte. Danke. Ne, sollte reichen. Oh, ne, reicht nicht, reicht nicht. Jetzt reicht's. Lol, was macht er denn? Nö. Das hat mich da auch jetzt blöd angelotzt und das gar nicht reilt. Was hat der Mensch für Probleme? Mensch, aber was hat der für Probleme? Hui. Uuuuh. Drei. Oh nein. Lol. Ne, vergiss es. Oh, okay. Hier bin ich. Wirf doch, wirf doch. Komm schon, Baby. Wirf doch. Daneben. Nein, brauche ich noch. Komm, einen noch hier, Baby. Komm, komm, mach doch nochmal. Dankeschön. Und jetzt bist du dran, mein Freund. Uh. Das war eng. Ei, 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 ei. Lol. Oh, warte mal. Kann ich den da umgegenkommen? Oh Gott, das war eventuell ein Fehler. Haha, geschafft. Tschüss. Bin kaputt. So, erst mal kurz hier wieder alles einmal abchecken. Nicht, dass wir hier gleich irgendwas verkacken, weil wir schon alle kapreistern. Da komme ich nicht lang, ne? Kann ich den kaputt machen? Müsste... Warte mal, wo bin ich denn? Bin ich hier unten? Ne. Ich bin hier irgendwo. Hier? Bin ich hier? Oder hier? Ja, das habe ich mir gedacht, dass du werfen willst. Und dann gucken, ob ich das hier irgendwie fluchen und aufmachen oder sonst was kann. Ich bin irgendwo, wo ein Teil mit zwei Ebenen ist. Die aber direkt miteinander verbunden sind. Bin ich hier? Ich glaube, ich bin hier. Dann müsste ich jetzt eigentlich hier links irgendwo lang, oder? So. Bin auf jeden Fall von irgendwo nach rechts gelaufen. Ja, dann muss ich ja hier sein. Aber dann muss ich hier lang und hier nochmal rüber, oder was? Dann versuchen wir es einfach mal, indem wir jetzt da hinten mal hochgehen. Mal gucken, wo wir hinkommen. Oh. Oh, oh, oh. In die Hände von anderen komischen, bösen Leuten. Geh kaputt. Dankeschön. Hier ist nix. Hallo? Sind wir jetzt hier? Würde ich gerne nochmal echt versuchen, ob ich da irgendwie rüberkomme. Nee, hier ja nicht. Ich müsste jetzt hier sein, so. Aber ich würde gerne da hin. Vielleicht soll es einfach nicht sein. Oder es ist halt wieder irgendetwas, was ich mal wieder nicht gescheckt habe. Ich habe gehört, das soll angeblich hin und wieder möglich sein. Ich sehe schon, diese Folge wird tatsächlich wohl ein bisschen Überlänge bekommen. Because of, dass dieses Level ganz schön gewaltig ist. Hätte er so jetzt auch nicht gedacht. Aber. Dann ist er so. Kennt er, ne? Kennt er, kennt er, kennt er? Oh, ich kann den Typen nicht ab. Ich weiß, ich hüpfe hier gerade von Kuchenbacken auf Arschbacken. Aber diesen fucking Mario-Bar... Oh! Klotzgott! Ich habe erstmal nochmal kurz Business zu tun. Danach bist du dran. Da ist noch einer. Du Palme! Nichts kann mir entge- Oh, oh, warte, das war wieder falscher Akzent. Klotzgott! Achso. Ja, klar. Mhm. Klotzgott! Gib mir deine Kraft! Wie mir erfrischt er deinen Geist! Das ist einfach der falsche Akzent. Ich möchte mich kurz dafür entschuldigen. Äh, werde es aber auch nicht ändern. Oh, das habe ich nicht gecheckt. Hier sind wir. Nee, nee, nee. Bevor ich jetzt hier links rüberhüpfe, ich muss runter irgendwie. Ja, hier könnte ich mich nach links bewegen. Ich muss erstmal runter für die Kraft. Kein Ernst? Wirklich? Wirklich? Ui! Wirklich? Noch nie lang, ey. Ihr wirft mal hierhin, bitte. Hallo? Upp! Nochmal hierhin, bitte. Oh! Das war schneller als erwartet. So, nur aber. Yeah! Was? Nicht dein Ernst! Dann bitte noch einmal hierhin, Kollege. Oder hierhin, hierhin. Hier ist gut. Oh, ein bisschen weiter links hätte es auch sein können. Dankeschön. Na? B, wenn das jetzt nicht klappt. Ja, dankeschön. Ist doch auch schon wieder so ein Zeichen hier. Aber wo bin ich jetzt? Zum Teufel. Ich glaube, ich bin hier, oder? Hier? Von da habe ich mich hier runter bewegt, würde ich behaupten. Jetzt müsste ich dann in dem sein und müsste nach unten rechts. Ich müsste nach rechts? Wie komme ich denn jetzt nach rechts? Oh, okay. Wir haben uns herausgefunden, wie wir das schaffen können. Ach man, doch nicht. Bitte, beweg dich. Und jetzt hierhin. Oh! Das war Treffer. Treffer. Treff mal da hin. Na, lieber hierhin. Hierhin. Dann hierhin. Buh, da kommt er. Oh. Ach, jetzt wirfst du da hin, oder was? Jetzt kommst du da mit an. Mit der Kacke. Hilfe, 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 Hilfe. Zu viel, zu viel, zu viel. Geh weg. Wir haben genug. Ich würde ja echt sagen, dass ich hier nach rechts muss, ne? Aber irgendwie... Aber irgendwie... Ich kann's nicht sagen. Bin ich hier? Da muss ich jetzt ganz viele nach unten werfen. Ach nee, jetzt geht er auch noch kaputt. Gut. Nein. Hierhin. Komm, wirf mal hierhin. Wir schießen die erstmal runter. Hierhin. Und mich nochmal heilen zwischendurch. Weil... Warum nicht? Wollt ihr hier gerade die Kamera rausziehen? Wenn wir jetzt gerade nach unten gehen, müsste ich doch eigentlich... Irgendwann mal ankommen, oder nicht? So... Aber so viel Platz war da doch gar nicht zwischen. Ich glaube, ich bin verkehrt. Ich habe so ein bisschen die Orientierung verkackt. Ah, der geht daneben. Gucken. Ich bin nach links unten gegangen. Ich bin doch von hier jetzt hier runter... Nein, ich bin von hier dahin gegangen. Ich muss nach rechts. Scheiße. Muss hier hin. Glaube ich. Hallo. Geben mir die Schwerter vielleicht eigentlich einen Tipp? Kacke. Ich glaube, ich habe die ganze Arbeit umsatz gemacht. Na, komm schon. Au. Scheiße. Geschlechtsverkehr dich doch selber, Junge. Hallo. Kannst du mal bitte deinem Job nachkommen? Du sollst mich hier abwerfen. Ich würde echt schon sagen, das grenzt hier an Arbeitsverweigerung. Hallo. Dankeschön. Au. Typ. Typ. Mann doch. Wirfst du eigentlich auch mal hier hin? Was ich halt so ewig und drei Jahre warten muss, ne? Hallo? Och. So, aber jetzt müssten wir zumindest eigentlich schon mal was sehen können, oder? Ey, das kann doch nicht angehen. Na, komm, wirf mal hier her, bitte. Das kann doch nicht sein. Also, ich versuche jetzt mal dem Schwert da zu folgen, dem Weg. Und mal sehen, was kommt. Aber wisst ihr was? Ich hab das Gefühl, das wird ewig und drei Jahre dauern, bis wir da sind. Das ist doch scheiße, ist das doch. Oh weh, du gehst jetzt kaputt. Och Mann. Och Mann. So, wisst ihr was? Ich, äh, mach hier tatsächlich jetzt einfach doch. Oh. Och, Ficke, ey. Ich mach hier jetzt den Cut. So, liebe Leute. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann jetzt in der nächsten Folge. Gestorben bin ich noch nicht. Das Counter bleibt bei vier. Und, äh, ja, dann bis in der nächsten Folge. Tschüss. Äh, winke, winke, ciao und tschüss. Hätte ich's fast vergessen. Hätte ich's fast vergessen.